Also der Innenwiderstand ist jetzt über Nacht besser geworden, ja moin Speistige Reiste reisen selten bis Elba, dann achtet euch halt selber Neuer Rekord jetzt schon mal, 178 Also das Spannungen hochdrehen hat auf jeden Fall was gebracht Aber hat es irgendwie zwei Durchgänge gebracht Erst sind die Milihohm gefallen, die Watt sind nicht besser geworden Jetzt ist Milihohm noch Mühe gefallen, aber jetzt sind auch die Wattstunden wieder da 178 jetzt bei 11,6 Geil, das ist ja mal richtig fett Ja gut, da muss ich bei den zweiten ein bisschen mehr Eingangsspannung drauf geben Machen wir dann 17,5 oder irgendwas Naja, sehr interessant Supi, ich wollte es euch noch schon mal zeigen Ich finde, da soll ich nochmal, wenn die Lichter ausgehen Bis später So, es hat Piep gemacht 220 Wattstunden, exakt Krass Ja, da machen wir jetzt auf jeden Fall nochmal schönen Durchgang Und ja, vielleicht wird es ja dann wieder mehr Krass, jawohl Die Ladung ist beendet von beiden Re-EMFs Und es ist jetzt gerade abends Ich habe hier mal aufgeschrieben die Milihohm-Werte Und die Spannung kurz nach dem Abklemmen Und ich wollte jetzt eigentlich einen Ladetest machen Und dachte mir jetzt so, oh nö, jetzt warten wir mal bis morgen Und dann messe ich mal den Innenwiderstand nochmal Mal gucken, ob sich das dann nochmal ändert oder nicht Ob ich da immer warten muss Aber bei der Nummer 7 hat man 6,4 Jetzt haben wir 6,1 Also scheinbar ein bisschen besser Und bei der 4,8,1 Da hat man 7,45 Mal gucken, ob es morgen die 7,45 hat oder so Mal sehen Moin Moin Minderner So, ich hätte ja gesagt, wir gucken Mal, was ist den nächsten da 8,15 Den Milihohm hatten wir gestern Ich habe schon mal angeklimmt So, wie leicht Lüfter im Hintergrund Wir haben hier 6000 Grad Viel Spaß beim Schwitzen, sag ich noch 7,42 Und hier ist aber 8,15 Also der Innenwiderstand ist jetzt Über Nacht besser geworden Ja Moin Ja, das kannst du total vergessen Naja, jetzt schreiben wir das mal auf So, und dann haben wir ja die Nummer 7 Dann machen wir das jetzt auch gleich mal zusammen Mal sehen, was da rauskommt Ich glaube aber, die ist auch wieder ein bisschen besser geworden Weil die hat ewig geladen Hat die ganze Zeit angenommen Also denke ich mal Dass die wieder ein bisschen besser ist Mal gucken 6,37 Da hatten wir gestern 6,16 Also gut, das Da würde ich jetzt nochmal sagen Das ist Messabweichung hier Okay, bei der AGM hat es nichts gebracht Bei der hat es sich da unten wieder stand Fast um 1 Ein halbes Milliohm verändern Also ich denke, wir haben bei 220 Hier war so grob das Maximum Wir hatten ja schon mal Quatsch 230 Schaut mal ja hier schon Und jetzt ist es hier so rumgedimpelt Ich denke, wenn ich noch ein müh länger lade Komme ich vielleicht wieder auf die 230 Aber meiner Meinung nach Und ihr seht es ja auch an den Werten Wird es jetzt nicht wesentlich besser Bitte beachtet, dass die 15 Wattstunden kann sein Weil wir haben jetzt keine Ahnung 30 Grad Und der Lüfter geht halt öfters an Also das hat auf jeden Fall mehr verbraucht Ja, also mehr Last gegeben Als bei den Versuchen hier am Anfang Da war es noch ein bisschen kühler Gerade hier war es wesentlich kühler Das ist schon zwei Monate her oder was Und ja, also MyTech an der Stelle Holen wir nicht mehr so wahnsinnig was raus Wir haben jetzt so eins, zwei, drei Ich habe drei Durchgänge Habe ich nochmal gemacht Und es wird jetzt nicht mehr besser Deswegen sage ich jetzt erst mal an der Stelle Ja, MyTech funktioniert auf jeden Fall Und wir hätten natürlich Das ist eine 44 Amperestunden Batterie Ja, wir hätten schon das Doppelte noch ausholen müssen Theoretisch, ne Also da fehlt schon noch ein bisschen was Aber wir müssen also bedenken Die Batterien, die sind wirklich alt Die waren schon auf dem Schrott Die hat der Falco vom Werkstatthof mitgebracht Und ja Ich denke mal sehr viel mehr Wären wir jetzt hier vielleicht Und nicht rauskriegen Ich packe die Batterie Und den remf jetzt beiseite Hol den nächsten raus Starte mit der nächsten Batterie Nebenbei durch die sieben entladen Und wie gesagt Am Ende Ich gucke ja eure Kommentare Die Vorschläge die ihr habt Das machen wir am Ende Dann von dem Test Tun wir nochmal ein bisschen rum Experimente Die vielleicht unerno nochmal tauschen Um dann eventuell hier und da vier Noch mehr rauszukitzeln Gut Ich starte jetzt mal den Entladetest Und ja Ich würde sagen Der nächste Kandidat Ist hier Und zwar von Johannes VEB Und ja Ich werde jetzt hier auch Das Ausziehbilder Mal aufbauen Weil den Günther Remf Haben wir ja noch nicht die Ausziehbilder Und von dem auch nicht Haben wir ja noch nicht angeschlossen Ja moin die mega Lüsterklemme Ich wollte es damals auch mit Lüsterklemme machen Ich habe ja jetzt hier Und wir nehmen die Die Dings hier Die Klemmen Ich weiß nicht wie die hessen Wie hessen die Vago Klemmen Ja moin Die Vago Klemmen Und ja Johannes hat mir noch einige Informationen noch gegeben Ihr seht es ja hier 22 Volt Er sagt Ich kann hier ruhig mit 19 Volt Richtig dampf draufgehen Kann ein bisschen warm werden Alles kein Problem Übrigens die da Frage Reu Ob ein Luftspulen Remf dabei ist Für Johannes mehnt halt Irgendwann hier nochmal Die Stäbe sind Also so richtig Luftspulen Sagt er Ist es nicht Aber so ein bisschen Schon irgendwie Okay Er sagt Ich soll dir einen Top drauf stellen Ja moin Als ob ich jetzt hier nochmal einen Top habe Wisst ihr Ja gut Ich klemm den an Ich klemm das Auszieh alles an Und dann gucken wir uns Beide nochmal an Also ich klemm das Auszieh Einfach so mal an Den Wir gucken uns die Pulse mal an Weil ich muss hier noch die Batterie entladen Und ich will jetzt hier Mit dem schon weitermachen Jetzt müssen wir uns natürlich noch Ein Kandidat raussuchen Ja wen haben wir denn schon Nummer 7 Ist in Benutzung Die 4 Die 5 Dann haben wir mit der 2 Haben wir schon rumgespielt 7 5 2 4 Gut Also es sind ja im Grunde Normale die jetzt Keinen Strich haben Sind jetzt noch Frei Ha Die Nummer 5 War so eine krasse Hier hätten wir ja noch Die Nummer 8 Wo der Innenwiderstand Halbwegs Okay ist Aber Extrem schlechte Werte Ist halt auch die Die ist AGM A7 und A8 Das AGM Hier hat man ja 20 Streit Was ist mit der Nummer 3 Ja gut die war schon ziemlich gut Die Nummer 3 Trotz des schlechten Ich wollte jetzt sagen Hier wird die Nummer 3 Ich bin mir jetzt nicht sicher Was hätten wir noch Die Nummer 9 Das ist die kleine Moped Batterie Ne komm nehmen wir die Nummer 8 Das ist nochmal ein großer Prügel Und ja Johannes hat ja gesagt Er kann gut Ampere Okay nehme ich jetzt die Nummer 8 Mit rein Und ja den nennen wir jetzt mal Den Induktionsrempf Gut Ja ich messe nochmal durch alles Knall die Daten rein Obwohl das können wir auch schnell mal zusammen machen Dass ihr es nochmal gesehen habt Die Prozedur Ne das ist hier die Nummer 8 Das ist so eine So eine AGM Das sind zwei Sind glaube ich zweimal dieselben Ne 5-6 Ampere Stunden 5 Jo Jo Passt So Da gucken wir mal was die hat Die ist natürlich jetzt Entladen Gucken wir mal 30mOhm Uiuiui Naja gut Da hat er gut zu tun Das schreibe ich mir jetzt trotzdem auf 30,8 einfach nur als Anmerkung Miliohm Und wo hatten wir gestartet Gut das war ja voll beladen Ja okay Ich studiere jetzt zu laden Mit dem und dann schreibt man hier Nach dem Laden mal den Innenwiderstand auf Und gucken Gut Bis später So Ostziel läuft Und wir messen mal Den Re-EMF Oh nein Die Batterie ist zu groß Der Rechte mein Der Rechte mein Kabel gar nicht Moment So ich habe mal eine kleine Verlängerung Herangebastelt Hältest du Gehen wir mal auf Auto Okay Eingestellt sind jetzt 500mV Gucken ich drücke jetzt hier mal auf Speichen Oder wir können ja mal stopp machen Genau Und so mal reingucken So sieht der Puls aus Und wenn wir jetzt So jetzt haben wir es ungefähr 5.0 mV Ich mache jetzt hier auch noch mal ein Screenshot Vielleicht noch mal weiter rein So noch mal Mal gucken ob das jetzt klappt Na gut Haben wir das auch auf Bild Bei den Günter Re-EMF Wie gesagt muss ich jetzt erst mal Entladetest machen Und dann können wir messen Ja Günter Re-EMF Hat zugeschlagen Wieder mal 276 Wattstunden Das läuft immer noch Bei 11,9 Volt Ja keine Ahnung Ich muss jetzt abbrechen Ich gehe jetzt pennen Hat jetzt ein bisschen abgekühlt Krass 276 Na schön Bei 11,9 Super Na mal gucken Ich mache jetzt aus Und mache dann morgen weiter Krass Hm Zack Und da habe ich wieder Mit dem Geld Und zwar Wir haben 342 Das ist doch schon mal So gut wie die Hälfte Einmal frei Naja Nächste Runde So hier haben wir mal Signal Von Günter Re-EMF Das sagt er 400 Kilohertz Ungefähr Muss mal auf 100 bleiben Und ich tue mal Die Cursor einrichten Die Spitzen sind schon krass So Das Speichern Das sagt jetzt so 400 Kilohertz Das kann aber nicht sein Achso Ne Das ist ja jetzt Ein Günter Re-EMF Seiner Das Quietschen ist von dem Lass dich da bitte Jetzt nicht vermaßen Scheint der mit 400 500 Kilohertz Also zumindest Laut dem Ost Sicher Wenn ich jetzt ein bisschen Rum stelle Wird nicht anders Naja Also ungefähr Jetzt sagt er 170 Kilohertz Keine Ahnung Das ist ja